Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Doom 2. So, dann schauen wir mal. Ach, hier geht es natürlich gar nicht mehr zurück. Ähm, da hinten scheint wirklich noch was zu sein. Also, mal wieder... Du warst das, genau. Äh, achso, ihr seid jetzt da auflaufen, das ist gut. Hm. Hm, angeblich sollte hier doch eine Tür sein. Hm, warten wir sie jetzt hier. Achso, du bist die Süd-Tür. Du bist die Nord-Tür. Genau, die beiden haben wir dann. Dann fehlen, glaube ich, doch noch irgendwelche von vorher. Genau, hier war die blaue Sphäre drin, hier war der Raum nebendran. Ah ja, hier. Danke. So, nun. Sparen wir erstmal kurz ab. Das war das. Oh, und dann geht es hier direkt weiter. Okay. Dann haben wir das Secret auch. Hm, obwohl da oben halt irgendwie nix ist, oder? So, dann können wir jetzt hier rübersprennen. Speichere ich mal ab, Sicherheitshalber. Jep, hat funktioniert. Damit hätten wir das. Ich habe gerade die richtige Waffe ausgewählt. Hm, haben wir noch einige Gegner vor uns, sehe ich gerade. So, das haben wir geschafft. Hm. Oh. Sonst ist es deutlich weniger Gegner. Guck mal, kann ich auch. Hm. Das war dann das. Und das letzte muss dann wohl auch noch hier irgendwo sein. So, jetzt ist das mal. Ne? Ich dachte, der schießt raus. So, immer noch eine ganze Menge Gegner übrig. Die wohl rumtreiben. Hier zum Beispiel. Tja. Ich glaube, der einen Schuss mit der BFG war jetzt nicht so unglaublich sinnvoll. Sieht aus, fast aus wie irgendwie ein Secret-Level-Ausgang oder so. Aber den haben wir ja schon. Ich habe ja nur den einen hier in der... Und, äh... zweiten Teil. Oh. Hm. Für den einen hat es ja noch richtig gelobt, mit der Unverwundbarkeit. Hm. Will ich da denn schon runter? Ich frage, ist es hier oben noch irgendwas? Oder wo ist das letzte Secret? Nee, das sind tatsächlich nur die zwei hier. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Aber ich glaube, dann fehlt noch das oben rechts in der Ecke. Ah, damit können wir uns wahrscheinlich hinporten. Das wird es wahrscheinlich sein. Nö. Das war falsch. Auch nicht. Wahrscheinlich der in der Mitte. Ups. Na gut, oder doch der andere. Ja, danke schön. So, damit haben wir alle Sequels. Problem. Ah, genau. Und dann würden wir hier an den roten Dings rankommen. So kommt man da also hin. Problem ist... Ah ne, wir haben auch alle Gegner erlebt. Gut. Dann, Zeit, den Level zu beenden. Das war ja hier draußen, ne? Sehr schön. Hat ja dann doch noch geklappt. Allerdings, äh... Sieht es jetzt nicht mehr so ganz rosig aus, was unsere Lebensenergie angeht. Aber... Das werden wir auch schon wieder hinkriegen. Wie gewonnen, so zerronnen. Ups. Das war's mit der Zitadelle. Und wieder 100%. Sehr gut. Und wieder 100%. Gottschall. Gottschall spielen war ich auch schon länger nicht mehr. Oh, da wartet jemand auf uns. Schalten wir euch doch mal aus. Wir haben sieben Siebel und nicht mehr ganz so viele Gegner. Ups. Du hast doch nicht geschossen. Okay. Dann bitte einmal das Autosave. Sparen wir nochmal richtig. Jetzt weiß ich, was mich hier erwartet. Oh. Ja. Blut zum Beispiel. Einmal. Zweimal. Geht doch. Hm. Ich denke, wir können uns dann irgendwie mal hochporten oder so. Haben wir denn vielleicht da unten ja noch irgendwas. Da sieht's nach einem Teleporter aus. Ah, und hier haben wir einen Suit. Gut. Hole ich mir mal. Danke. Oh, das ist sogar schon das Secret. Können wir uns hier wieder rausporten. Okay. Nett. Hätten wir das schon mal. Hm. Ich glaube, dann wird's Zeit, hier mal loszulegen. Gehen wir mal in den richtigen Part des Levels, so wie das aussieht. Oh, ja. Flammen war ein bisschen was. Oh, ich fette es durch gegenseitig. Ah, wo nicht mehr. Mein Leben auch. Vielleicht warten wir noch ein bisschen. So weit wollte ich eigentlich gar nicht runter. Jetzt fetzt ihr euch gegenseitig. Mich allerdings auch. Hm. Hat am ersten Mal tatsächlich deutlich besser geklappt. Aber ich glaube, das ist halt auch so eine berühmte Szene, dass es halt so ein bisschen wie ein Lady A2Match hier aufgebaut wurde. Ich habe beim ersten Mal echt Glück gehabt. Gibt's da nicht. Jetzt. So. So geht's doch besser. Dann werde ich erstmal die Überreste schnappen. Dankeschön dafür. Aber geht nochmal sogar genug. Allerdings keine BFG-Munition mehr. Na gut, weniger Gegner, aber heftigere. Da gab es einer noch und dann bist du weg. So. So, einmal zurück bitte. Ich lande nochmal nach. Leben wäre gerade praktisch. Ah ja, guck mal. Wenn man vom Leben spricht. Hier noch irgendwas Tolles dagelassen. Ich weiß nicht, hier hat der Archweil auch die dicken Viecher wieder beleben können. Man weiß es nicht. So, ich sollte mal wieder nach Secrets gucken. Dann nach Karko Demons. Aber ist glaube ich noch. Nordosten ist das nächste. Okay. Legen wir euch mal nach und nach um. Oh, das war jetzt ungünstig. Das ist aber auch gerade ein bisschen viel los hier. Push. Rumpfarten, Rumpfarten. Ich glaube zuerst mal, dass ich an so einer Lost Zone gestorben bin. Aber die ist halt echt. Ich weiß, warum die Leute hier drüber sprechen. Die Diener sind unglaublich nervig. Wer zu treffen. Magen jetzt nicht unglaublich viel Schaden, aber... Kriegen wir halt kaum platt. Okay, kommt jetzt hier schon runter. Ich denke, solange wir euch mal ausschalten können und dann das Plane Elemental mehr oder weniger alleine kriegen. Du hast dich wahrscheinlich wiederbelebt, du Sau. Na? Kann das sein? Na gut, deswegen liegen ja wahrscheinlich die ganzen Raketen rum. Kurz mal wieder auffrischen. Ist nur noch das Pain in the Middle da wahrscheinlich, ne? Okay, ich habe doch noch einen Kaku. Dann kommen sie mal hier. Das holen wir halt einfach nur die Plattform nochmal runter, okay? Ich glaube, da brauche ich etwas mehr Anlauf. Was hat mich da drin jetzt? Das war genau, das waren die... Dings, die mich hier zerlegt hatten. Da hätten wir da auch noch geballert. Und da ist jemand sehr hinterhältig. Aber theoretisch könnte ich mich hier jetzt nicht großartig erwischen. Wenn die zu mir wollen, fliegen sie durchs Portal durch. Na gut, oder ich auch. Alter, Finne, ey. Viel zu viel. Aber so funktioniert es. Ich werde aber trotzdem getroffen. Das bringt dann leider doch nicht so viel, wie ich mir erwünscht habe. Ich glaube, wir haben sie jetzt einigermaßen. Okay, da soll man nicht rein. Bleibt erstmal nur noch der Weg zurück. Das war's mit dir. So, wo gibt's Leben? Da, zum Beispiel. Sehr gut, schon sieht das alles gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, wir haben, glaube ich, immer... Ja, genau. Das ist ja nur ein einziges Secret gefunden. So viel ist hier aber auch nicht zum Rumlaufen, ne? Da hinten scheint noch einiges zu sein. Wenn ich mir das mal anschaue. Da ist für jeden Fall jemand, der ballert. Kriegen wir dich? Ich glaube, wir haben ihn erledigt. Theoretisch geht's da ja rein. Na gut, versuchen wir mal den Sprung. Okay, aber es ist wahrscheinlich nicht dazu gedacht, dass wir da reinspringen. Okay, das soll's für die Folge gewesen sein. Schauen wir mal, wie's weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.